So frisch und klar, wie das Mineralwasser aus der Quelle sprudelt, soll es natürlich auch bei Ihnen ankommen. Deshalb wird jeder einzelne Produktionsschritt sorgfältig von den Experten bei Gerold Steiner geprüft. Von der Quelle bis zur Abfüllung, von der Etikettierung bis zur Verladung. In Sachen Qualitätssicherung verlässt sich Gerold Steiner nicht nur auf die strengen gesetzlichen Kontrollen. Zusätzlich zu den regelmäßigen Untersuchungen des renommierten Instituts Fresenius werden täglich bis zu 300 Wasserproben entnommen, um eine gleichbleibende Mineralisierung und Reinheit garantieren zu können. Als natürliches Mineralwasser gehört Gerold Steiner somit zu den am strengsten kontrollierten Lebensmitteln. Die besondere Qualität des Mineralwassers zu wahren steht für Gerold Steiner schon immer an oberster Stelle. Heute wie früher, als alles begann.